Multibäcker 3 in 1. Der Riesen-Back-Spaß für jede Gelegenheit. Lassen Sie die Herzen höher schlagen und kreieren Sie ganz einfach die süßesten Überraschungen. Kleine, raffinierte Backspezialitäten. Schnell und einfach zubereitet. Mit dem Gourmet Max Multibäcker 3 in 1. Ein Basisgerät, ein Einsatz für Popcakes, ein Einsatz für Donuts und ein Einsatz für Herzküchlein. Und jetzt! Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das alles können Sie zwischendurch schnell zaubern mit dem Gourmet Max Multibäcker 3 in 1. Einfach Einsatz aussuchen, den flüssigen Kuchenteig in die Vertiefungen einfüllen, Deckel zuklappen und backen. Fertig! Jetzt lassen sich die süßen Leckereien beliebig mit Kuvertüre oder mit Zuckerguss überziehen. Noch mit Streuseln, Zuckerperlen, Marzipan. Einfach mit allem, was Ihnen gefällt, verzieren. Natürlich können Sie auch dem Anlass entsprechend dekorieren. Zum Beispiel zur Hochzeit, Weihnachten oder Halloween. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Multibäcker 3 in 1 ist antihaftbeschichtet und ganz leicht zu reinigen. Und das sagt Pippi Rössler, Küchenexperte aus zahlreichen TV-Shows zum Multibäcker 3 in 1. Gourmet Max Multibäcker 3 in 1. Kleine, raffinierte Backspezialitäten, ganz einfach und schnell gezaubert. Hier erhältlich.